Jo Freunde, wir haben 9 Woche 1 Auftrag und zwar folgt, na hier, bringe einen Rollbrocken mit einem Tritt im Rutschen ins Rollen und ich zeige euch mal kurz, wer das Ganze am besten macht und wo ihr das am besten macht und dafür fliege ich einfach mal in den Bereichen, wo überall Schnee ist, also komplett hier Wave Cave, Lock Jam Junction, in diesem ganzen Bereich findet ihr sehr sehr viele Rollbrocken, dort oben zum Beispiel, wo gerade genau das X ist, dort ist einer, dann wenn ihr ein bisschen rum guckt, da drunter ist direkt einer, da können wir gleich mal hin, da vorne ist auch noch einer, also seht ihr überall Rollbrocken, am Start, ich glaube genau da ist auch noch einer, überall immer da, wo das X hin zeigt und ja, guckt einfach hier rum, guckt am besten von oben direkt, ob Gegner da sind oder nicht, ich werde jetzt einfach mal direkt hier oben auf dem Berg, weil dort sind keine Gegner am Start und was ich da jetzt mache, wir müssen natürlich rutschen und quasi sprinten, damit wir einen Kick machen und was wir aber vorher machen am besten, ist hier folgendes, denn dieser Brocken hat halt Kondition, 130, so, wenn ihr jetzt einmal hier vorsprintet, vorsprinten, rutschen, zack, dann seht ihr 105, also 25 Schaden mache ich jedes Mal mit so einem, wie hieß das hier, ein, ne, Tritt, einfach ein Tritt, 25 Schaden mit einem Tritt, deswegen kann ich euch empfehlen, macht das vorher schon mal ein bisschen runter hier, dann braucht ihr nicht jedes Mal so oft davor rutschen, dann macht ihr das ein paar Mal, zack, jetzt brauche ich nochmal einmal hier 55, 50, das war glaube ich nichts, das hat nicht gezählt, so, jetzt seht ihr 30, jetzt muss ich noch zweimal machen und dann zählt das Ganze, das war wieder nicht getroffen, also direkt hier vor Treffen, ihr seht schon, manchmal zählt das irgendwie nicht, dann müsst ihr echt exakt treffen, drauf rutschen, jetzt zählt es, jetzt habe ich noch 5 Konditionen und dann nochmal vor und dann geht das Ganze runter, runter, also doch ein bisschen verwirrend hier, anstatt dass das sofort runter geht, so, jetzt geht es runter und ihr seht, bringe ein Rollbrock mit einem Tritt im Rutschen ins Rollen, der ist direkt noch vor das Dixi-Klo gerollt, aber jetzt geht die Post ab da unten und ja, das auch dazu, mehr braucht ihr nicht machen, super easy, wenn es euch gefallen und vor allem geholfen hat, gerne ein Like da lassen wie immer und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.